Moin zusammen, ich habe dir einen ganz interessanten Artikel zugespielt bekommen, André, herzlichen Dank, bei Utopia.de. Zitat, Kunden werden durch ein Tal der Tränen gehen. Deutsche Bahn kündigt Generalüberholung an. Ja, und wir wissen ja mittlerweile, nicht nur die Straßen hier in NRW oder auch deutschlandweit sind sehr marode und die Brücken, sondern eben auch die Schienenstrecken in Gesamtdeutschland. Und dann heißt es hier, Umleitung, Verspätung, Zugausfälle. Das bleibt Bahnkund, Doppelpunkt in der Nähe der Knaller, das bleibt Bahnkunden in den nächsten Jahren nicht erspart. Wichtige Strecken sollen grundsaniert werden. Die Deutsche Bahn spricht selbst von einem Tal der Tränen, durch das alle gehen müssen. Nein, ich werde dadurch nicht gehen, denn ich fahre weiter mit dem Automobil, solange mir das zumindest möglich ist in diesem Land. Ja, also es wird nicht besser. Dann heißt es hier, das Schienennetz hat zu viele Engpässe, trotz und wegen hunderter Baustellen zugleich. Bahnchef Richard Lutz will das Übel an der Wurzel packen, mit der Generalsanierung der wichtigsten Strecken radikal und so schnell wie möglich. Die Bahn, Verkehrsunternehmen und die Kunden werden durch ein Tal der Tränen gehen. Das kannst du dir nicht ausdenken, auf was man hier jetzt schon vorbereitet wird. Und jetzt gerade hier in Verbindung natürlich mit so einem 9-Euro-Ticket ist das eine ganz, ganz tolle Ansage, was hier eigentlich alles im Argen liegt und los ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Warum gibt es so viele Probleme? Also den Absatz brauchen wir eigentlich gar nicht lesen, weil die Antwort ist da nicht drin, die ich meine, die die richtige ist. Aber wir gucken sie an. Zwei Gründe, das Netz hat zu viele Engstellen und schienenweichen Brücken sind in die Jahre gekommen. Das ist kein Grund, warum die Probleme vorhanden sind. Das ist doch nur logisch. Also das ist ja eine Alterung. Das ist ja klar. Und wenn man nicht sukzessive, permanent über die letzten Jahre eine Instandhaltung macht, ist das ja nur eine Folge daraus. Das Problem ist das schlechte Management. Das muss man doch klipp und klar sagen. Wir sehen doch, was für Kandidaten bei der Bahn unterwegs sind. Ehemalige Politiker, Versorgungsposten dort bekommen. Und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wie man so schön sagt. Also von daher glaube ich nicht, diese Begründung hier, die passt hinten und vorne einfach nicht hin. Was will das Management, das ist auch das Stichwort, dann jetzt anders machen? Lange schon spricht die Bahn davon Baustellen stärker zu bündeln. Etwa an einer Strecke weichen Signale und Leitungen nicht nacheinander zu erneuern, sondern zeitgleich. Kapazitätsschonendes Bauen nannte Infrastrukturvorstand Ronald Polfaller, Polfaller, das wenige Wochen nach seinem Abgang kündigte Lutz an, wir müssen dieses Thema grundsätzlicher und radikaler angehen. Lieber eine große statt viele kleiner Sperrungen. Ja, da wird die Zeit zeigen, was das gebracht hat. Und dann natürlich nochmal ganz interessant, wo wir den Namen Ronald Polfaller gerade gelesen haben. Ja, hier, deutscher Manager und ehemaliger CDU-Politiker. Och, surprise, surprise, hat der Olli keine Verschwörungstheorie mit Versorgungsposten gerade genannt. War auch Bundesminister, ich glaube, für besondere Aufgaben. Ja, hier steht es auch genau. Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Ja, der ist jetzt, der ist qualifiziert, der ist top, der ist hier seit, ne, 15 bis 2022, Vorstand der Deutschen Bahn. Also toll, zuständig für Infrastruktur. Sein Vertrag endete April 2022 und wurde auf seinen Wunsch hin nicht verlängert. Ja, gratuliere dann schön, ab in Rente mit dem Herrn. Absolut der Knaller. Und das ist natürlich die Frage der Kosten. Die Bahn hatte den Investitionsstau im gesamten Netz zuletzt auf knapp 60 Milliarden Euro beziffert. Und wenn man von solchen Beträgen schon spricht, dann kann man eigentlich das Doppelte, Dreifache oder Fünffache mittlerweile nehmen. Denkt an die Elbphilharmonie, denkt an Flughafen BER, denkt an Stuttgart 21. Die Liste ist ja ellenlang, wo es einfach nicht funktioniert, wo die Kalkulation nicht hingeht oder nicht gepasst hat, etc. pp. Aber schreibt mal eure Meinung unten rein. Wird das im Desaster ändern? Ist eine rhetorische Frage. Abo nicht vergessen und ciao.